Ich lese aus meinem neuen Sachbuch Harro und Libertas eine Geschichte von Liebe und Widerstand. Die Recherchen waren etwas aufwendig, da die Gestapo damals versucht hat, alle Spuren an die Ereignisse, von denen mein Buch handelt, zu verwischen. Sprung mitten hinein. Der Oberreichskriegsanwalt, Berlin, 18. Januar 1943, Herrn Fregattenkapitän E.E. Schulze, Feldpostnummer 3045.0. Auf Ihren Antrag vom 9. Januar 1943 teile ich Ihnen mit, dass die erkannte Vermögenseinziehung nicht nur die Einziehung der Werte, die in dem Besitz des Verurteilten sind, bedeutet, sondern dass darüber hinaus auch die Erinnerung an den Verurteilten als zusätzliche Strafe ausgelöscht werden soll. Im Auftrage Oberstkriegsgerichtsrat. Dieser Brief von Dr. Manfred Röder erreichte Erich Edgar Schulze drei Wochen nach der Exekution seines Sohnes Harro. Knapp zehn Jahre zuvor, am Mittwoch, den 26. April 1933, ist es in der deutschen Hauptstadt bei 16 Grad wolkenlos, ein wunderbarer Frühlingstag. Seit knapp drei Monaten ist Hitler Reichskanzler und der 23-jährige Harro Schulze-Beusen hat den Gegner noch immer nicht zugemacht, seine unabhängige Publikation, die zu Zeiten der Weimarer Republik mit über 5000 Abonnenten florierte und deren junger Chefredakteur er ist. Gegner von heute, Kampfgenossen von morgen, lautet das Motto der vom Expressionismus beeinflussten Zweimonatsschrift. Im Gegner schreiben Autoren aus den unterschiedlichsten Lagern gerade so, als gäbe es die von den Nazis eingeführte Pressezensur nicht. Der auf Dialog setzende, zutiefst humanistische Ansatz der Publikation lautet, dass alle gesellschaftlichen Probleme durch das Herausfinden von Gemeinsamkeiten selbst zwischen den unterschiedlichsten Standpunkten lösbar sind. An diesem 26. April 1933 ordnet Hermann Göring die Nummer zwei im Hitlerreich die Bildung eines geheimen Staatspolizeiamtes an. Am selben Tag treffen sich die Freigeister des Gegner zu ihrer wöchentlichen Redaktionskonferenz, als es laut an die Eingangstür der Schellingstraße 1 in der Nähe des Potsdamer Platzes pocht. Harro öffnet. Männer in schwarzer Uniform. Was wollen die hier? Wenn es eine neue Ordnungsmacht gibt, dann doch die SA in ihren braunen Hemden. Aber weiß man dieser Tage immer so genau, wer nun gerade welche Macht hat? Das hier ist jedenfalls die SS. Der Abschnitt 3 aus der nahegelegenen Potsdamer Straße 29, das sogenannte Hilfspolizeikommando Henze. Die Männer dringen ein, beenden die Redaktionskonferenz, beschlagnahmen einige von Harro's Büchern, seine Fotos und Briefe, seine Schallplatten, Notizhefte und Schriften. Alles stopfen sie in einen Lederkoffer, dann prügeln sie Harro und seinen besten Freund, den schmalen, dunkelhaarigen Henry Erlanger und die anderen Autoren des Gegner die Treppen hinunter. Henry heißt eigentlich Karl Heinrich. Sein Vater ist Berliner Bankier und Jude, seine Mutter Rheinländerin aus Ingelheim. Der zurückhaltende Henry ergänzt den draufgängerischen Harro perfekt. Er ist, so beschreibt ihn ein gemeinsamer Freund, Zitat, der Typ eines ewigen Regieassistenten, fleißig und heiter, der gute Geist, den man einfach braucht, in beflissener Unterstützung der Gegnersache. Anders als Harro hat der introvertierte Henry keine direkten politischen Ambitionen. Er versteht es nicht, mit diplomatischer Geschicklichkeit andere für sich einzunehmen. Literarische Kenntnisse sind ihm wichtiger, zeitgenössische Philosophie und die jungen Schriftsteller, Ernst Jünger zum Beispiel, liest er am liebsten. Als ausgebildeter Bibliothekar ist Henry an jedem geschriebenen Wort interessiert. Er ist, so beschreibt ihn nicht, mit diplomatischer Geschicklichkeit andere für die jungen Schriftsteller,